In diesem Video geht es darum, wie eine Streckenlast mit dem Querkraftverlauf Q von X und dem Verlauf des Biegemoments M von X zeichnerisch zusammenhängt. Dabei betrachten wir Freiträger. Bei Freiträgern ist ein Ende frei, also nicht gelagert, während das andere Ende eingespannt ist. Zum Beispiel ist die Tragfläche eines Segelflugzeugs ein Freiträger, der in seiner ganzen Länge durch eine Streckenlast beansprucht wird. Die Streckenlast ist in diesem Fall die Auftriebskraft. Der Auftrieb sei stark vereinfacht, an jeder Stelle des Flügels gleich groß. Die scharfierte Fläche ist überall gleich dick. Das Querkraftdiagramm startet am freien Ende bei Null, folgt der Streckenlast als Schräge gerade nach oben bis zur Einspannung am Rumpf. Dort wird sie vom Rumpf aufgenommen, wo eine Haltekraft nach unten wirkt. Die Haltekraft führt das Diagramm wieder auf die X-Achse zurück. Aus der Größe der Querkraftfläche kann man das maximale Biegemoment berechnen, das im Rumpf wirkt. Konkret, das maximale Biegemoment ergibt sich aus 1,5 mal Höhe mal Breite. Um diese Fläche zu berechnen, benötigt man die Höhe des Querkraftdreiecks, das ist hier die Haltekraft im Rumpf. Wie groß ist die Haltekraft? Die Haltekraft wird durch die Streckenlast Q hervorgerufen. Die Angabe Q bezieht sich auf einen Meter. Angenommen, Q wäre gleich 1000 Newton pro Meter Flügellänge. Auf jeden Meter der Tragfläche wirkt eine Auftriebskraft von 1000 Newton nach oben. Wie groß ist dann die gesamte Auftriebskraft einer Tragfläche bei einer Spannweite von 15 Metern? Du kannst jetzt die Leertaste drücken, um dir in Ruhe die Antwort zu überlegen. Bei dieser Spannweite ist ein Flügel 7,5 Meter lang. Mit 7,5 mal 1000 Newton wirkt auf ihn eine Auftriebskraft von 7,5 Kilo Newton. Das ist eine resultierende und die positioniert man als Vektor F-Auftrieb mit dem Angriffspunkt im Schwerpunkt der Streckenlast. Bedeutet, der Vektor FA beginnt in der Mitte des Rechtecks und zeigt nach oben. Diese resultierende FA wird durch die Haltekraft im Rumpf kompensiert. Die Rumpfkraft ist deswegen auch 7,5 Kilo Newton groß, zeigt aber nach unten. Sie stellt gleichzeitig die Höhe des Querkraftdiagramms dar. Die Fläche des Querkraftdiagramms beträgt damit 28,1 Kilo Newton Meter. Das maximale Biegemoment ist dann auch 28,1 Kilo Newton Meter groß. Nächste Frage. An welcher Stelle im Träger wirkt das MB-Max? Der Ursprung des Koordinatensystems liegt hier am freien Ende des Freiträgers. Hier ist die Länge 0 und auch das Biegemoment. Bedeutet, hier beginnt der Hebelarm. Von hier aus reicht der Hebelarm bis zu der gerade interessierenden Stelle. Da ich die komplette Länge als Hebelarm genommen habe, endet der Hebelarm am Rumpf des Segelflugzeugs. Die interessierende Stelle ist die Einspannung dort. Mit dem Hebelarm von der Spitze bis zum Rumpf berechne ich also das Biegemoment im Rumpf, wo der Flügel befestigt ist. Wir haben damit zwei Infos über das Biegemoment. Ganz links ist es 0, ganz rechts ist es maximal. Jetzt geht es um den Verlauf von MB. Wieso sehen wir zwischen diesen beiden Punkten eine Parabel? Grund ist das Querkraftdiagramm. Es gibt die Steigung dieses gesuchten Verlaufs von MB an. Demnach ist links die Höhe der Querkraft minimal und damit auch die Steigung von MB. Das deutet auf einen fast waagerechten Momentenverlauf mit leichter Steigung hin. Die Steigung wird immer größer, je weiter weg sich der untersuchte Querschnitt vom freien Ende befindet. Es gibt zwei Gründe. Zum einen wird der Hebelarm größer. Zum anderen werden mit wachsendem Hebelarm auch immer mehr Auftriebskräfte wirksam. Dadurch steigt MB nicht nur linear an, sondern bekommt den Verlauf einer Parabel. Neue Frage. Wie berechnet man das Biegemoment an einer Stelle x irgendwo zwischen den Enden? Antwort. Zeichnerisch geht das nicht mit dem Strahlensatz, weil das Biegemoment parabelförmig verläuft. Aber es gibt eine Lösung. Man kann so, wie wir das maximale Biegemoment ausgerechnet haben, auch für Zwischenwerte vorgehen. Man fasst nur die beiden Schritte in einer Formel zusammen. Wie war das nochmal? Wir hatten die Fläche ausgerechnet. Die Formel dazu war ein Halb mal Haltekraft mal Länge. In diesem Fall interessiert aber eine Stelle x. Also ersetzt man das große L durch das kleine x. Die Haltekraft FH haben wir durch eine andere Formel ausgerechnet. Streckenlast Q mal Länge L. Auch hier muss der lange Hebelarm L durch den nun kürzeren ersetzt werden. Wir schreiben Q mal x. Die Klammer ist nicht notwendig und ohne sie erkennt man, dass man den allgemeinen Ausdruck für das Biegemoment kürzer schreiben kann. Hier taucht auch genau das Quadrat auf, das für den parabelförmigen Verlauf von MB verantwortlich ist. Beispiel Wolltest du das Biegemoment an einer Stelle x drei Meter vom Flügelende entfernt ausrechnen, würdest du für Q die 1000 Newton pro Meter und für x die drei Meter einsetzen und erhieltest ein Biegemoment von 4,5 kNm, die den Flügel an dieser Stelle belasten. Manche Lehrbücher spiegeln den Momentenverlauf an der x-Achse, weil sie dem MB ein anderes Vorzeichen zuordnen als der Querkraft. Um die Stärke der Biegelbelastung zu ermitteln, ist das Vorzeichen allerdings nicht relevant, sondern nur der Betrag des Biegemoments, also der Abstand zwischen x-Achse und blauer Parabel. Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Parabel oberhalb oder unterhalb der x-Achse zeichnet, solange die Beträge bzw. Abstände dieselben bleiben. Der Rumpf hat am Ende des Tages ein Biegemoment von gut 28 kNm aufzunehmen. Mit dem Vorzeichen von MB ordnet man dem Moment einen Drehsinn aus Sicht des Betrachters zu. MB wirkt hier im Uhrzeigersinn. Angenommen, du stehst dabei vor dem Segelflugzeug, schaust also von vorne auf das Cockpit. Würdest du dich auf den Kopf stellen, änderte sich von deiner Perspektive aus auch der Drehsinn. Deshalb kannst du auch die Momentenkurve an der x-Achse spiegeln, wie es gerade besser in dein Konzept passt. Tatsächlich ist der Auftrieb einer Tragfläche nicht konstant. Zum Rumpf hin ist er größer als an den Flügelspitzen. Die Streckenlast erhält die Form eines spitzen Dreiecks. Entsprechend sieht das Querkraftdiagramm dazu nicht wie ein Dreieck aus, sondern mehr wie ein … ja, wie sieht das Querkraftdiagramm dazu aus? Hier eine Grundregel. Der y-Wert der Streckenlast, q, oben, gibt die Steigung der Querkraft an. Links zum Beispiel ist die Streckenlast konstant, darum ist auch die Steigung der Querkraft konstant. Wie müsste dann rechts das q von x aussehen, wenn die Streckenlast von links nach rechts immer größer wird? Wenn die Streckenlast größer wird, dann steigt die Steigung der Querkraft. Bedeutet, die Querkraftlinie wird zu einer Parabel. In der Gleichung für die Querkraft wird ein x² auftauchen. Kommt dir dieser Zusammenhang bekannt vor? Die gleiche Regel hatten wir bereits zwischen Querkraft und Biegemoment. Die Querkraft gibt die Steigung des Moments an. Deshalb gibt es denselben Zusammenhang links bei der konstanten Streckenlast, nur eben eine Etage tiefer. Wie sieht der Momentenverlauf dann in diesem Fall aus? aus dem x² wird für den Momentenverlauf jetzt ein x³. Du müsstest jetzt eine Hyperbel zeichnen, um den Momentenverlauf zu beschreiben. Und damit sind wir auch schon an die Grenzen der zeichnerischen Methode gekommen. Erst recht, wenn man kein Segelflugzeug, sondern eine Maschine mit Turbine und Räderwerk betrachtet, wo Streckenlast und Einzelkräfte auftreten. Oder wenn's noch komplizierter ist. Dann wird die zeichnerische Methode so aufwendig, dass man lieber auf das genauere Schnittverfahren zurückgreift. Ich hoffe, dass ihr mein Video ein wenig unter die Arme greifen konnte, ähnlich wie der Wind unter die Tragfläche. Wenn ja, schenk mir gern einen Daumen nach oben. Dir noch viel Erfolg beim Weiterlernen. Ciao!